Ich habe Hitsport im Internet gesehen, wie er in Kanada unterwegs war als Tramper und ich fand das irre cool. Und da ich jetzt die Möglichkeit habe und ihn ertappt habe, wie er in München ankam. Würde ich ihn gerne ein bisschen rumführen in München und nach Neuschwanstein und ihm ein bisschen Deutschland zeigen. Hast du den ersten Eindruck von ihm? Was hältst du von dem kleinen Roboter? Er ist super, er ist super niedlich, auch sehr cool geschmückt und einfach ich möchte es dann erleben, wie er so redet und was er mir so zu erzählen hat. Nein, ich bin nicht Merkel. Er ist ja drauf. Hitsport, gehst du ins Fitnessstudio? Ich habe es geinformiert. So mein Freund, machs gut. Wir wünschen dir gute Weiterfahrt. Alles Gute. Servus.